Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Trek Resurgence, weiterhin unterwegs auf einem Schiff der Aludianer, entführt durch das Tykon Imperium. Und der Pappkamerad hier kommt gerade nicht so gut klar, irgendwie ein System zu finden, das uns nützlich sein könnte. Und ich biete jetzt mal meine Hilfe an. Ach, vom Hotari-Raum? Was gibt's hier? Andere Systeme. Richtung. Gut, wir fangen mal am Anfang an. Und wohin geht's dann? Wir gehen nach der ganzen Galaxie. Nichts, aber Systeme unvergültig aus dem Weg. Und wenn wir weitergehen, wir bleiben im Charter-Raum. Viel schneller, als ich mich auch daran denken. Das kann nicht passieren. Wir müssen kontrollieren und um diese Schiffen herum. Gehen zurück zu den Fronten der Bälle für Alidia. Wir sind auf den Fronten. Sie werden das alles über den Quadraten tun. Die ganze Federation ist gefährlich. Das ist eine Möglichkeit, aber es ist bereits eine Realität für meine Leute. Ich bin sicher, dass es ziemlich real ist für die Leute, die in ihren eigenen Körper geholfen von den Takan ist. Du kannst nicht nur auf sie stellen. Ich nehme diese船 ohne dich, wenn ich das nicht muss. Und ich bringe sie zurück in Allidia, oder ich werde sie zerstören. Ich werde sie nicht in den Händen bleiben. Ich denke strategisch. Wir haben eine bessere Chance, wenn wir zusammenarbeiten. Du hast recht zu sein, aber es tut mir nicht gut, um es zu uns zu stellen. Fair genug. Die wichtigste Sache ist, dass wir das Land kontrollieren können. Damit wir nicht so weit weg, dass die Resolute überhaupt nicht mit uns verliehen können. Und wenn wir das Zeldi kontrollieren, das auch bedeutet, dass sie das Kartabula nicht nutzen können. Ich bin nicht sicher, dass wir viel mehr von hier machen können. Was ist das? Das ist ein Datastream. Es sieht aus wie eine 2-Way-Kommunikation. Hm? Kannst du sehen, ob ich es durch einen Demultiplex-Prozessor geben könnte? Kannst du das klarer bekommen? Ich versuche es. Wie kommuniziert er mit wem? Könnte eine Überraschung werden, vielleicht. Okay. Das ist das. Hallo? Kannst du mich hören? Etasca, ist das du? Major! Es ist meine Überraschung. Ich dachte, wir würden irgendwas abhören. Ich bin hier mit einigen von den anderen. Wir sind in der ATP. Wir sind in der Artikel. Unsere Artikel-Targeting-Plattform. Die Bulk-Heads sind geöffnet. Und Ruptured Power-Konduits auf der anderen Seite sind scharge auf hohe voltage. Major, wir haben den Sidron und die anderen Atari gesehen gesehen. Und wenn wir können frei werden, glaube ich, dass wir die Überraschung überraschern können. Etasca, sind Sie noch da? Etasca, sind Sie noch da? Du musst nicht glauben, dass du jemanden in der anderen treffen musst. Die Atari haben... ...transformiert die Leute auf dem Land. Wir haben es gesehen. Bioformierung. Es ist nur ein Zeitpunkt, bevor die ganze Krufe der Restartigte sind gegen uns. Du musst uns kommen und helfen. Ich muss mich fragen, ob Sie sicher sind, dass das wirklich dein Konrad ist? Das ist Etasca. Du musst mich glauben. Ich weiß Lieutenant Etasca gut. Das ist sie. Er ist klar und nicht unter Duress, außerhalb unserer aktuellen Situation. Ich bin sicher. Etasca ist beide. Wir glauben Sie. Wir glauben Sie. Wir glauben Sie uns. Ich gehe mit ihm. Bis ich mich nicht sagen. Und dann sehen Sie. Ich bin sicher. Ich bin bereit und wundern. Ich weiß nicht, dass die Computer sehr gut ist. Aber ich weiß jeden Inch dieses Schiff. Ich kann uns da. Sicherheit. Durch die Backroute. Backroute? Okay. Er bringt uns sicher hin zu den anderen Kameraden. Hoffentlich sind das noch seine Kameraden! Und wir werden uns in eine Falle gelockt. Okay, währenddessen ist das Team bei den Hotari angekommen. Unmasking. Okay, runter mit der Maske. Und runter mit der Robe, wie auch immer. Oder runter mit der Maske und rauf mit der Robe oder so ähnlich. Ich weiß immer noch nicht, warum die Sternenflotte gerufen wurde überhaupt. Aber die Gefahr ist klar. Die Gefahr, dass die Tekonnen sich in riesigen Gebieten schnell ausbreiten und dabei vielleicht sogar ganze Spezies den Bach runtergehen lassen. Und zumindestens die, ja was soll ich das sagen, die ursprünglichen Bewohner der jeweiligen Körper. Die Gefahr ist in Ordnung. Die Federation... Spare uns deine Entschuldigungen, deine Entschuldigungen, deine pathetische Explanation. Du hast gesagt, du bist hier unter der Beziehung der Frieden. Yet du hast in unsere Gedanken geschehen. Ich sollte es wissen, dass du nicht geglaubt, wenn du mit den Elydiensten geschehen. Deine Intentionen sind klar, aus dem Beginn. Wir wussten, dass du etwas schützt hast. Wir mussten finden die Wahrheit. Ich hoffe, du bist glücklich mit was du gefunden hast. Du magst, wenn ich bitte. Her actions nearly caused eine Krieg. Ich war die König. Galvan spricht für die Hotari jetzt. Fortunately, wir konnten das selbst lösen, ohne Ihre Interferenz. Die Elydien haben gesagt, die Mines werden unter Hotari-Kontrolle stehen. Wir kennen jetzt die Hotari als die Hauptautorität in dieser Region. Ihre Präsenz hier ist nicht mehr notwendig. Also, du kannst du das Problem beurteilen? Das macht keinen Sinn. Was haben sie gemacht? Sie haben uns gebeten, dass dies das beste Deal war, dass wir uns zu bekommen haben. Ich bedankte dir, dass du kommen. Aber je schneller die FEDERATION leaves, je besser. Die hellen wir werden. Captain? Was ist meine Crew trapped abonnt? Oder was du für meine Steuerzettung gemacht hast? Die Daten du hast? Ich möchte eine Sache klarstellen. Keine Ahnung, dass niemand zu leave Hotari-Kontrolle ohne FEDERATION-Kontrolle. Keine Ahnung. Du denkst, dass du das Macht hast, wenn in fact keine Ahnung hast. Du kam hier unter der Presumtion, dass du die Hauptautorität sei, dass du die Hauptautorität würdest. Dass du auf und schaffst, in dieser Petit-Kontrolle über die Ressourcen-Kontrolle zwischen die Lesser-Kontrolle. Aber in der Fall, deine Arrogance und Selbstinteresse war dein Unbewegung. Blinden dich zu der realen Macht hier an, hier. Das ist etwas weit über deine FEDERATION-Kontrolle. We came at your request, to help solve the problem, not you came, because I wanted to see the mighty Federation for myself, the greatest power in the galaxy. Needless to say, I was disappointed. They never wanted our help. They were setting us up from the start. Commander Rydex saw what you did in those minds. How you bioformed innocent people against their will and turned them into Takana. What do you want to do, Captain Solano? So it feels only right that we reclaim what was lost. Everything you hold dear, will be gone. The first of many painful losses to come. You won't get away with this. You'll be held accountable by the Federation. I already have gotten away with it. And the Federation has no authority here. Not anymore. You might be surprised how many want to be part of the most advanced civilization the galaxy has ever seen. We will not stop until we've reclaimed what is rightfully ours. Imagine what a queen, a starship captain, or even a Federation ambassador could accomplish if their power was wielded by a truly superior entity. Oh, no, 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 no. Hier wird niemand geimpft. Okay, das hätten sie schlauer anfangen können, wenn sie uns hätten übernehmen wollen. Aber gut, so sind wir nochmal mit dem Schrecken davon gekommen. You ever done something like this before? Close quarters combat? Infiltrating an enemy stronghold? Something like that. I once spent six days crawling through sewers during the siege of Tofar Kett to retake the Citadel there. That's just one of many campaigns I've served in. My dress uniform is well decorated. I'm glad we're here with you. We need your kind of experience. I should say you do. And I'll be glad to have Lieutenant Etosca with her. She fought shoulder to shoulder with me in that siege. So you're pretty close, huh? She's like... a daughter to me. She's saved my life more than once. She's more than just a comrade in arms. Don't worry. We'll get her and the others free. I'll worry less when that's been done. But once we have my comrades, proper soldiers, we'll be able to retake the bridge. Then our fleets will catch up to us. Ketchup. Sehr verdächtig, dass hier nichts ist. Keinem guten Zustand, wie es scheint. Okay, Strom abschalten, Strom abschalten und durch. Sah aber nicht so aus. Okay, ich alleine. Na gut. Konsolen finden, um den Strom abzuschalten. Hauptsache mir fliegt die Artillerie hier nicht um die Ohren. Okay, eine Konsole. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Etwas weniger Todesgefahr. Oh, ein Schläuchlein. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nein, keine versteckten Easter Eggs oder irgendwelche Geheimnisse, die man finden kann. Finde ich persönlich in Spielen immer ganz nice. Wenn man irgendwie nochmal einen Schlenker irgendwo hindreht und findet nochmal irgendwie was Besonderes. Oder einen Story Schnipsel oder irgendeine Anspielung auf einen Film, eine Serie oder sowas. Das hätte ich hier noch ganz toll gefunden. Aber muss natürlich nicht sein. Ja, ich glaube der folgende Name ist klar, ne? Unter Strom. Okay. Diesmal muss ich nicht den Weg über die Leiter gehen. So, hier weiter. Zum Glück kann man sich hier nicht so einfach verlaufen. Beziehungsweise, zumindest mir ist das noch nicht passiert und das will schon was heißen. Wie komme ich da nicht weiter? Anni, warte mal. Okay, das Ding steht jetzt unter Strom. Äh, ne, die Leiter steht unter Strom. Das war aber ne gute Reaktion hier. Shit. Ich habe keinen Treffer mehr, ne? Ich habe keinen Treffer mehr, ich weiß wieder. Ich habe keinen Treffer mehr, aber jedoch, ich habe keinen Treffer mehr. Nein. Das ist so kurve. Da, ich habe keinen Treffer mehr. Okay. Okay, okay. Und jetzt klettern wir ein bisschen. Objects with Dingenskirchen drüber, die explodieren nochmal drauf. Da ist ein kleines Delay, bevor die Explosion triggert. Okay, wenn man Sachen zur Explosion bringt, um mehrere Gegner auszuschalten. Okay. Okay, komm, weg hier. Weg dich. Wohin? Wohlang? Werdet ihr noch zum scharfen Schützen hier? Ja. Fall back! Holden back! We can't let him reach the stairs! Surrender! Oh, come on! Na los! Na, Leben zum Kämpfen. Victory is life. Kommt dann später. Ach, ein rührseliges Wiedersehen dann in der nächsten Folge. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Beschluss Desmond. Wir haben alles wieder mit, bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.